Willkommen zur zweiten Lektion in der zweiten Woche. Heute werdet ihr eine kleine Einführung zu Bootstrap erleben. Bootstrap, das ist ein Framework. Und was ist ein Framework überhaupt? Generell gilt, in der Programmierung muss das Rad nicht immer neu erfunden werden. Das Framework ist ein Grundgerüst, welches vordefinierte Funktionen enthält. Zum Beispiel, dass man Sachen, die man eh immer wieder verwendet, einfach dort sich hineinschreibt und dann universell verwenden kann. In der echten Programmierung wird das auch Bibliothek genannt. Und in unserem Fall bei den Webframeworks gibt es vordefinierte CSS-Klassen und Module. Das heißt, zum Beispiel ist eine grundlegende Typografie enthalten, also Schriften, Farben, Formen. Ein Grid, bei Bootstrap sind das zwölf Spalten. Das heißt, dass man dort in diesen Spalten seine Elemente anordnen kann. Es gibt vordefinierte Elemente, wie eine Menüleiste oder Buttons und zusätzliche Funktionen auf JavaScript-Basis. Wir benutzen Bootstrap. Das ist sehr bekannt, hat viele Plugins und viele tolle Designs. Auf getbootstrap.com kann man sich das runterladen. Wir zeigen euch mal kurz die Website. Das ist getbootstrap.com. Man könnte es jetzt hier runterladen, aber dazu sagen wir gleich nochmal was. Und ja, ihr könnt euch da mal durchklicken, die verschiedenen Teams dort angucken und so weiter. Okay, zurück zur Folie. Es gibt auch andere Frameworks wie Foundation oder UI-Cut. und die kann man nutzen, aber sie sind halt nicht so bekannt wie Bootstrap und sie haben halt deshalb auch wenige Designs. Ja, Bootstrap selber, wir arbeiten mit dem originalen Design, welches quasi ab Werk vorhanden ist. Man kann sich aber auch eigene Designs erstellen, zum Beispiel unter peacock.github.io slash bootstrapmagic. Das zeigt die Seite, zeigen wir uns euch einmal kurz. Genau. Und wenn ihr hier auf Create Your Theme geht, dann könnt ihr dort sämtliche Einstellungen, die bei Bootstrap möglich sind, anpassen. Genau, und vergisst nicht, dann auf Apply zu klicken, weil sonst wird es nicht übernommen. Genau, es gibt auch die Möglichkeit, fertige Designs zu nutzen. Diese enthalten teilweise zusätzliche Elemente. Bei bootstrap.com bekommt ihr einfach nur CSS-Dateien, die euer originales bootstrap.css überschreiben. Damit bestimmte Themes, zeigen wir euch gleich, enthalten. Und unter startbootstrap.com bekommt ihr zusätzliche Module noch mitgeliefert für bestimmte Anwendungszwecke. Also das ist jetzt Bootstrap.com. Das ist jetzt Bootstrap.com. Dort, wenn du einmal runterscrollst, seht ihr halt verschiedene Designs, die ihr euch einfach so runterladen könnt und damit euer originales Design überschreiben könnt. Und auf startbootstrap.com bekommt ihr verschiedene Themes, die halt einen bestimmten Zweck haben. Zum Beispiel einem Admin-Theme oder einem Blog-Theme oder was es da alles gibt. Und die könnt ihr halt auch kostenlos herunterladen und einfach nutzen. Und die enthalten auch immer eine Dokumentation, was da noch für zusätzliche Features verfügbar sind. Genau, zur Installation. Also wir haben euch ein kleines Paket zusammengepackt. Das könnt ihr halt von OpenHP runterladen. Und wenn ihr das in Park, dann werdet ihr dort die CSS-Dokumente finden, die verschiedenen Schriftarten, ein Beispielbild, JavaScript und halt die Index.html. Genau, das haben wir euch vorbereitet. Das ist grundlegend ein Bootstrap-Paket. Da haben wir aber Sachen, die ihr nicht benötigt, rausgeworfen und zum Beispiel jQuery.javascript hinzugefügt, die ihr immer zur Benutzung von Bootstrap benötigt, die aber im normalen Paket nicht dabei enthalten ist. Und wir empfehlen euch, das von open.hpi.de herunterzuladen, also das, was wir euch verlinkt haben in der Videobeschreibung, um dort für alle einen gemeinsamen Start zu bekommen, weil das enthält hilfreiche, zusätzliche Dokumente. Genau, das war's zur zweiten Lektion. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Ja, das war's.